Wir sind die Biobassers aus Enten und wir freuen uns am 25.05.2019 in Apeln beim fünfjährigen Bestehen des Apeln Open Air für euch, mit euch zu rocken. Im Himmel gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Und sind wir nicht mehr hier, gibt's den Abend unser Bier. Sehen wir es, Rappen! Geschmack. Boah, fertig. Weg, probier! Weg, probier! Weg, probier! Weg, probier! Weg, probier! Hallo! Wir sind Ente X und wir spielen am 25.05. auf dem Apeln-Air. Und deshalb gehen wir jetzt wehen für Gitarre kaufen. Ich habe hier zufällig eine coole Seite gefunden. Vielleicht können wir uns die mal näher anschauen. Die haben eine große Auswahl an... Oh, lass mal den nehmen. Lass mal den Mike nehmen. Nein, der frisst uns... Das ist aber auch ein schönes Modell hier. Der frisst uns die Haare voll. Guck mal hier. Hat so ein paar Macken, ne? Hier eine Dame. Oh! Julia! Kann wirklich Gitarre spielen? Julia kann Gitarre spielen. Das ist gut. Ist jung? Das ist gut, dann geht sie nicht so schnell kaputt. Optisch einwandfrei und studiert klassische Gitarre an der Hans Eisler. Die wird aber wahrscheinlich zu teuer sein, oder? Ach, ja guck doch mal. Geht schon. Wer hat das gekauft? So einfach geht das heutzutage. Oh Gott, so schnell. Bitte beachten Sie, dass das Modell Abwerk mit einer Sehnscheidenentzündung geliefert wird und in den ersten Monaten nicht benutzt werden darf. Ja. Ist doch scheißegal. Was ist mir scheißegal? 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 Ganz so klingen wir natürlich nicht auf dem Apenair, weil das alles akustisch ist, aber... Aber dafür haben wir unsere Quotenhalbasiatin am Cello dabei. Liebe Damen, liebe Herren, wir sind Teile einer unterprivilegierten Band, die keinen Anspruch hat. Gut, wir sind hier wählend von der Anspruch, wir sind jetzt in Koblenz und wir kommen am 25.05. nach dem Apenair hin. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die anderen spielen auf einer großen Bühne, wir haben so eine kleine Bühne und machen so Akustikscheiße zwischen die Aufbaugeschichten. Spiel Nummer 3, 4 Songs, dies, das, das, Danny T, das ist Kollege. Ich bin Dr. Steele und wir bringen euch den Pancok hierher. Also zu euch. Ja, okay, kann man machen. Ja, okay. Wäre geil gewesen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Koffie. Wirk. Zangio. Oh ja, tschüssi. Rapper. Oh, tschüssi. Mhm. Wh proprio. B ist das, immer wieder zu. Ich habe dich in die Flügel. Wirkarte. Ich habe dich in die Flügel. Ich habe dich in die Flügel. Was muss es denn, ich habe dich in die Flügel gewradas, ich habe dich in die Flügel. Ich habe dich in die Flügel. Oh ja, okay. ARPEN AIR ARPEN AIR Liebe Freunde, wir freuen uns am 25. Mai mit dabei zu sein beim ARPEN AIR. Ich hoffe mal ihr kommt auch vorbei. Wir sind drauf, Vicky. ARPEN AIR ARPEN AIR ARPEN AIR ARPEN AIR ARPEN AIR Schon gehört? 25. Mai. Protokolle auf dem ARPEN AIR. Mit der einzigen Frau mit einer. Echt? Hast du gehört? Am 25. Mai spielten Protokolle auf dem ARPEN AIR. Nein. Mit der einzigen Frau im Leinart. Echt? Krass. Fett. Echt? 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 Torf und Echt? Karo? Weißt du was als Partnerint AP du bist? Bist du die einzige Frau? Nein, oder? Krass. Krass. Hast du gehört? Wir sind die einzige Frau. Krass. Moin, hier ist Oma von die Skadolmachers. Ich will dir einfach verklaren, am 25.05. sind die Jungs im Open-Air-Festival dabei. Du spielst alle R-Hits, Morsuch, Tee trinken wie Oma, von Dogen gibt's ab und noch alle anderen. Du möcht' ich öhnlich Povo danzen und fein Huvi trinken. Denn bringt die Kerel selbstverständlich ob mit, also nicht vergeten, am 25. Mai in O. Spielt die Skadolmachers wieder Open-Air-Festival. Tschüss. So, also, wir sind Ende Mai eben auf APN-Air-Festival. APN-ZO-Air. So, so sieht es auch aus. Rechner. Rechner, rechner. Rechner, rechner. Rechner, rechner. Rechner, 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 rechner. Wir können ja vielleicht mit nach oben, wollen wir mal anrufen. Sicherheitshalber. Mein Kostka hat zu diesem Thema gesagt. 1, 2, 3. Ach, du bist frei. Dann macht das nichts. Dann lassen wir dich im Hut. 2, 3, 4. Wenn einer so ein bisschen dämlich ist. Dann kann er ja nichts dazu. Wösterchen. Hi, I didn't see you there. Hold on. I'm just gonna open my beer here. On the 25th of May. We're gonna play open air. I can't open it. Be there or be square. Scree wonder there. Open! Moin. Ich bin Gunnar. Ich bin Walgar. Wir sind für unsere dritte Wahl. Wir sind noch so ein bisschen in Winterschlaf-Modus, wie man hier hinter uns unschwer erkennen kann. Und ja, wir freuen uns aber natürlich auch schon wieder auf die ersten Konzerte, die anstehen. Und eines der ersten wird sein auf dem Atemair-Festival. Zusammen mit Rawside und Montreal. No fun at all spielen auch. No fun at all. Chefdenker und viele andere. Wir freuen uns und wir hoffen euch alle zu sehen dort. Und ja, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.